Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Oh, du bist aber nah dran heute, Tim. Guck mal, seid ihr auch alle da? Ja, ich sehe euch. Es geht um folgendes. Heute ein neues Rezept. Papa kocht. Und zwar gibt es Forelle. Aber Forellen wachsen nicht auf dem Baum, wie ihr wisst, sondern die sind in einem Teich in der Regel. Und da wir beschlossen haben, die Forellen mal selber an die Angel zu holen, fahren der Tim und ich jetzt zum Mo und zum Max. Die sind nämlich an einem kleinen Angelausflug draußen am Forellenpuff, heißt das Ding, glaube ich, haben sie gesagt. Ich glaube, das ist nur die interne Bezeichnung, aber ich habe das jetzt mal rausgehauen. Ja, da fahren wir jetzt hin, gucken uns das an und dann holen wir uns frische Forellen. Ich brauche eine große, ich brauche eine kleine. Und dann machen wir die nachher hier in der Küche auf zwei verschiedene Arten. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir gehen jetzt angeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guckt euch mal um hier, wie es hier aussieht. Ziemlich geil. Wir besuchen nämlich heute den Maxi und den dicken Mo. Die sind hier am, wie ist die Angler-Fachbezeichnung für ein Gewässer wie dieses? Forellenpuff. Ja, richtig. Aber das macht nichts. Zensurik. Wir flippern das weg. Machen Forellen eigentlich Töne? Drauf haust schon. Drauf haust schon. Aber wie macht der Fuchs, ist die Frage. Nee, wir haben die Jungs mal besucht. Die sind hier am Osterwochenende zum Angeln rausgegangen. Und weil ich habe voll Bock auf so ein Catch-and-Grill. Leider kann man ja im Moment nicht so Corona-mäßig hier. Guck mal da hinten, da stehen auch so ein paar Grill rum. So normal kann man das bestimmt auch mal hier machen. Aber im Moment läuft es halt nicht. Deswegen nehmen wir die Fische mit nach Hause. Und ich würde gerne einen grillen. Und ich habe auch schon, also es kommt ein bisschen drauf an. Ihr habt schon den einen oder anderen gefangen, ja? Komm, wir gehen mal gucken. Einen habt ihr ja schon gesehen. Komm, wir gucken mal hier in das Ding rein. Das sieht ganz gut aus da drin. Das sind auch richtige Profis, die Jungs. Seht ihr das? Da ist Mittagessen und es sind Fische drin. Ja, die lasse ich mir, da lasse ich mir ein, zwei mitgeben nachher. Und dann packen wir die mal auf den Grill. Machen wir, cool, heute ein Outdoor-Vlog mit Rezept-Video. Geil, auch mal ein neues Format. Ihr guckt noch ein bisschen zu, vielleicht haben wir Glück und fangen noch ein bisschen was. Ich glaube, Chili-Käse ist gerade angesagt. Wir können noch mal kurz gucken. Max, setzt du weiterhin auf Chili-Käse? Was hast du jetzt dran? Das nennt sich Spoon, das Ding. Blau-schwarz. Einen blau-schwarzen Spoon. Der Tim hat gesagt, darauf geht es ab. Blau-schwarz. Okay, der Tim ist doch ein richtiger Angelprofi. Okay. Ah ja, wir gucken mal. Der Tim denkt halt wie eine Forelle. Der Tim denkt wie eine Forelle. Wie denkt so eine Forelle? Wie ein Tim. Ah ja, gut. Damit... Ja, ja. Wir gucken mal, was dabei rauskommt und gucken zu, wie der Maxi sich ordentlich einen wegwobbelt. Liebe Leute, wir sind zurück. Das Wetter war toll. Die Fische waren willig und es war ein bisschen frisch draußen. Aber gut, wir sind zurück in der Küche und schaut mal, was wir mitgebracht haben. Da sind die beiden Jungs von eben. Wie ich es wollte, eine kleine, eine große. Und ja, man könnte die natürlich auch grillen. Das zeige ich euch beim nächsten Mal in einem anderen Video. Aber ich habe heute zwei verschiedene Zubereitungsarten geplant. Einmal ganz klassisch. Wirklich, damit man keine Angst hat, auch mal einen ganzen Fisch vorzubereiten. Wir machen zu Hause im Backofen. Das machen wir so eine schöne Forelle in der Folie drin. Und wir machen so eine asiatische Forelle im Thai-Style. Und zwar dämpfen wir die. Das heißt, wir machen eine im Ofen gebacken und eine gedämpft. Ich schnippel jetzt ein bisschen was zusammen. Und wenn wir die Feature gleich auf die Reise schicken, seid ihr wieder mit dabei. Okay? Alles klar, bis gleich. Den größeren der beiden Kameraden, den machen wir im Backofen. Ah, das ist wunderbar. Guck mal diese Schleimschicht oben drauf. Das ist so super frisch. Es ist einfach krass. Da riecht gar nichts. Frischer Fisch riecht nach nichts. Lasst es euch gesagt sein. Eine ganz einfache Geschichte machen wir jetzt. Und zwar, da kommt rein ein bisschen was Zitrone. Und zwar so Scheibchen. Dann machen wir ein bisschen Knoblauch. Dann brechen wir hier einfach raus. Ich habe nicht gefrühstückt. So. Und dann schlagen wir den einfach nur so ein bisschen an. Perfekt. Ein bisschen Butter habe ich hier schon geschnitten. Und viel mehr passiert auch gar nicht, außer ein paar Kräutern. So, dann nehmen wir die Forelle hier schön hoch. Dann kommt da Dill rein. Ich schneide mir hier auch ein bisschen zurecht. Ruhig mit Stiel, mit allem drum und dran. Dann kommt da ein bisschen Petersilie ran. Hole ich mir hier auch. Und hier könnt ihr ruhig einmal so ein bisschen, ne? Dann kommt da schön der Duft raus. So, dann Zitrone. Angestoßener Knoblauch. Wieder ein bisschen Zitrone. Und noch ein bisschen angestoßener Knoblauch. Das kann nie genug sein. Schön vollpacken. Wunderbar. Komm, bleib da drin. So sieht das dann aus. Da machen wir noch ein bisschen Salz. Außen. Innen. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Ich habe das hier extra auf dieser BIM-Papier drauf. Weil das so ein bisschen glitschig ist, das Viech. Dann könnt ihr es einfach besser halten, ne? So, jetzt haben wir da Salz, Pfeffer, alles drin, was wir brauchen. Jetzt bastle ich mir auf der anderen Seite so ein bisschen was aus Alufolie. Und zwar einfach eine schöne lange Bahn. Die nehmen wir doppelt. Dann packen wir die schöne Forellchen hier drauf. Also ihr müsst es mal sehen von der anderen Seite nochmal, wie hübsch das aussieht. Das ist ja schon toll, ne? Dann machen wir hier Butter oben drauf. So, und dann schlagen wir. Einmal nach oben. Nochmal nach oben. Und basteln da so eine Tasche draus. So, dass die schön verschlossen ist. Im Idealfall auch luftdicht. Und die Seiten kann man einfach so zusammendrehen. Oder ihr könnt da irgendwie auch so hier so ein Schleifchen draus machen. Wenn ihr es nachher in der Folie servieren wollt, auch gut, ne? Aber ich mache es jetzt hier so zu. So, drauf achten, dass es oben zu ist. Schau mal von der anderen Seite. So sieht es dann oben aus. Das Gute ist, kann man nachher dann einfach so hochheben, ne? Und ihr könnt es jetzt auch einfach so auf den Grill legen, ne? Also das wäre jetzt dasselbe in Grün. Und die kommt jetzt aufs Backblech und schiebe ich dann gleich in den Ofen. Und derweil bereiten wir den Rest vor. Ich bringe es mal rüber. Während die große Forelle jetzt im Ofen backt, machen wir die gedämpfte. Und zwar habe ich hier so ein Dämpfkörbchen. Das ist so ein thailändischer Dämpfkorb. Ich weiß, wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, es gibt alle Möglichkeiten, wie ihr sonst auch dämpft. In einem Sieb, in einem, keine Ahnung was. Es gibt so spezielle Formen, Einsätze, Gitter. Also ich habe keine Ahnung, was ihr da habt. Das Ding ist perfekt. Das kostet wirklich ein paar Euro im Asialaden, ne? Das Teil nehmen wir auf jeden Fall dafür. Derweil marinieren wir uns die Forelle vorher ein bisschen. Und ein Unterschied zu eben ist, dass wir die hier auch ein bisschen einschneiden. Und zwar auf beiden Seiten. Ja, ein bisschen tiefer. Schön ins Fleisch rein. Und hier sind tatsächlich auch noch die Schuppen dran. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil wir die Haut nicht mitessen beim Dämpfen. Und beim Backen auch nicht. Die ziehen wir nachher einfach runter, ne? Das ist schon ganz gut. So, dann kommt hier drauf ein bisschen Salz. Und zwar auf beide Seiten. Dann machen wir ein bisschen Soja. Hier auch ein bisschen Soja. Und mehr kriegt sie am Anfang noch gar nicht. Der Rest kommt nachher in der Marinade oben drüber. Also, habt ihr gesehen? Einfach nur Salz und Sojasauce. So, dann her mit dem Dämpfkorb. Und dann geht er so, wie er ist. Einfach da rein. Ja, ich habe hier noch so ein kleines Stückchen Backpapier vom Schneiden eben. Das mache ich nochmal unter die Flosse drunter, damit er uns nicht am Korb festklebt, ne? Ja, so sieht es jetzt aus. Guck mal. Und so geht er jetzt hier aufs Wasser. Kochendes Wasser. Deckel drauf. Und dann lassen wir ihn mal vor sich hin dämpfen, ne? Und derweil schnippeln wir ein bisschen was zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es an Soße zusammenrühren geht. Jetzt habe ich mir so ein paar schöne Sachen zusammengeschnippelt. Hier ein paar rote Zwiebeln, frischen Ingwer. Dann habe ich frischen Knoblauch und ein paar rote und ein paar gelbe Peperonis, Chilis. Da könnt ihr selbst entscheiden. Die sind jetzt nicht so super scharf, aber die haben schon ordentlich Druck, ne? So, dann geht es los. Wir machen in etwa drei Esslöffel Sojasauce. Dann gibt es zwei gute, wenn nicht auch drei Esslöffel Fischsoce. Kriegt ihr im Asialaden, ne? Ganz normal. Dann machen wir einen guten Schluck Sesamöl. Auch in Form von, sagen wir mal, zwei gute Esslöffel einfach, ne? Dann geht da noch ein bisschen Salz rein. Und jetzt kommt hier meine Geheimwaffe. Ihr kennt es aus ein paar anderen Videos eventuell schon. Das sind Crushed Chilis, getrocknete Chilis mit Schrimpsgeschmack. Und zwar sind da hier getrocknete Schrimps drin. Kann man es sehen? Ja, da sind so kleine getrocknete Schrimps mit drin. Das geht richtig gut ab. Das ist meine absolute Geheimwaffe. Davon so viele rein, wie ihr wollt. Das Zeug hat, der ist schon, ne? Auf der Seite, wo es Spaß macht im Leben. So, und dann wird das hier einmal durchgerührt. Dass sich das so ein bisschen miteinander verbindet und das Salz sich auflöst. So, und wenn wir das haben, packen wir hier Ingwer, Knoblauch, Chili, ein paar rote Zwiebeln. Alles schön mit rein. So geht es am schnellsten. Wunderbar, wie ihr das riechen könntet, ne? Das ist der absolute Hit. So, und dann schaut mal, da ist das hier so eine, ja, eine geile Gewürzsoße mit allerhand Aromen drin. So, da machen wir jetzt noch ein bisschen Frühlingslauch dazu. Ein bisschen was für oben drauf, ein bisschen was für unten drunter. Den frischen, zwiebeligen Lauch, den packen wir gleich oben drauf. Und das grüne und dieses Mittelstück, das packen wir noch hier mit rein. Ist super für die Farbe. Ah, und es sieht auch einfach geil aus. Muss man klar sagen. So, ihr Lieben. Ich glaube, unser Fisch ist auch schon fertig. Ihr könnt direkt schon dranbleiben. So, hier geht noch ein bisschen was rein. Der Rest ist Dekoration. So sieht es nämlich aus hier. Ach, wunderbar. Ganz, ganz toll, wenn ihr mich fragt. Wer drauf steht, gerne noch ein bisschen Koriander mit rein. Ist euch überlassen. Passt aber auf jeden Fall super gut dahin, ne? So, dann gucken wir mal hier rein. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, der Kamerad ist gleich soweit. Zwei Minütchen warten wir noch. Und dann hole ich euch wieder ab und dann richten wir gemeinsam an. Sieht so aus, als ob er fertig wäre. Hier, ganz zum Schluss, geben wir noch ein bisschen Zitrone, Limette in unsere Sauce rein. Die Säure bewusst zum Schluss. Damit wir das dann nochmal abschmecken können. Und genau wissen, wo wir sind. Abschmecken war das Stichwort. Boom. Oh, wie das abgeht. Unsagbar krass. Richtig Power. Müsst ihr unbedingt probieren. So, dann mach ich aus. Zack. Da ist er, der Fisch. Und seht ihr jetzt, warum wir den eingeschnitten haben, ne? Da kommt der Dampf da gut rein und vor allem kann sich gleich die Marinade gut halten. Ich nehme mal hier runter. Ja, nicht so viel Wasser. Und nicht alles einsauen. So, Leute. Und dann nehm ich den Homie hier raus. Und lege ihn da mal drauf. Und ihr könnt tatsächlich das Papier noch drunter lassen. Diese, so eine Art Papilot, ne? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt es aber auch weg machen. Das ist ja dadurch, dass das Backpapier ist, hält das ganz gut. Also, ich mach es euch mal kurz raus, damit ihr es auf einen schönen Teller seht dann gleich. Wunderbar. So liegt der Fisch da. Und jetzt kommt die Magic. Das war es auch schon, ne? Ihr seht hier, guck mal. Wenn ich hier drauf drücke. Das Fleisch ist perfekt gegart. Der ist innen drin. Perfekt nur leicht mariniert. Und jetzt kommt die Power halt oben drauf. Und zwar gebt ihr von unserer Marinade einfach reichlich oben drüber. Und schaut, dass das da so ein bisschen reinläuft. Und so wird er serviert. Einfach krank. Ohne Witz. Und so sieht es auch noch schön und frisch aus. Ein bisschen was weißes Zwiebeliges noch dazu. Komm her. Ja, sieht jetzt toll aus. Also, mir geht das Herz auf, Kinder. Guck mal, hier noch ein bisschen Sesam. Veröffentlicherweise Sesam. Das passt hervorragend. Also, Leute. Das ist schon mal der erste Fisch. Wir machen da jetzt noch ein Foto davon. Und dann probieren wir noch gleich mal. In der Weile ist der andere wahrscheinlich auch fertig im Ofen. Okay? Bis gleich. Jetzt darf ich probieren. Guck mal hier, wie geil. Ah, sehr schön. Das Gute ist, die Haut, ne? Guck mal hier. Guck mal hier. Die löst sich einfach, wenn er perfekt gegart ist. Das, was übrig bleibt, ist das geile Fleisch mit der Marinade. Und dann kannst du einfach hier so ein schönes Stückchen Fisch von der Gräte runterziehen. Um mir zu gucken. Ey, es ist absolut unüblich, eine Forelle so zuzubereiten, ne? Also, absolut unüblich. Aber es ist einfach... Mach das nach, bitte. Ich geh mal die andere aus dem Ofen holen. Da isse, die Papillotte. So. Ich hatte die jetzt im Ofen gehabt für ca. 16, 18 Minuten bei 220 Grad. Umluft, Ober- und Unterhitze. Das könnt ihr selbst entscheiden, ja? Wie es dann am Ende ist. Sehen wir ja dann. Also, es ist ja auch kein Problem, weißt du? Wenn du jetzt merkst, die ist noch nicht ganz fertig oder so, dann packst du sie halt einfach nochmal rein. So, und jetzt sehen wir, ob wir gut gearbeitet haben eben. Dann können wir sie nämlich hervorragend aufreißen und verbrennen uns die Finger dabei. Also, ein Duft, ein Duft. Ich sag's euch, liebe Leute. Guckt's euch an. Schön in Butter. Einfach herrlich gegart. Fleisch ist perfekt, ja? Wir machen jetzt ein Foto und dann probieren wir auch diesen Fisch zusammen. Und ihr werdet sehen, auch bei dieser Variante ist es super einfach. Man muss keine Angst haben davor. ganze Fische zuzubereiten. Auch hier gehen wir einfach drunter und kannst die Haut hier so locker leicht nach oben wegziehen. Und der hier ist ja jetzt extrem fisch, äh, Fisch, ja, extrem fisch, genau, extrem frisch ist er. Und von daher lässt es sich da nochmal so ein bisschen schwieriger machen, als wenn der schon einen Tag oder zwei auf dem Buckel hat, wie er es ja normalerweise im Handel hat. Aber jetzt sag mal ehrlich, da brauchst du doch keine Angst davor zu haben, oder? So, das geht doch einfach weg. Kannst du einfach hier runterziehen. So, dann ist es erledigt. Und dann ist es super einfach. Der gibt's schon vor. Guck mal, du gehst hier rein auf die Gräte, dann kannst du ein Teil nach vorne und ein Teil nach hinten weg machen. Und ich will aber jetzt nicht alles zerstören, sondern holen wir hier so ein schönes Stück aus der Mitte raus. Ja, herrlich. Dann mache ich mir noch so ein bisschen Salz oben drauf. Guck mal hier. Und dann gibt's hier noch so ein Spritzerchen Zitronen. Und jetzt? Ich bin nicht so oft sprachlos, aber so ein geiles Produkt, selbst geangelt, auf die Art und Weise zubereitet. Das ist grundehrliches, gutes Essen. Macht's nach. Lasst mir einen schönen Kommentar unten drunter, ob's euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr's noch nicht gemacht habt. Und geht angeln und kauft euch frische Forellen. Und macht euch so geiles Zeug wie ich schon. Ach, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.